Was ist das denn? Scheiß drauf, der wird weggeknallt. Wird weggeknallt. Digga! Das ist ja... Also das klingt ja viel krasser noch als... Als ich das auf Twitter gesehen habe. Digga, man sieht aber gar nichts. Bro, was ist das denn? Das ist die Terminator-Variante oder was? Ja, ja. Ich hab die beide geholt. Weil ich hatte noch übel viele Coppoints übrig. Weißt du, die getest? Ne, tatsächlich alles... Digga, der Sound! Sauers Blaster auf Kokain, ja, ehrlich. Welche, welche... Die spielt hier? Die MP40, weil das ja auch so ne Variante ist halt. Aber das ist... Lass ich gerade das falsche Mac drauf. Ich spiel auch grad die... Also ich probier grad alle aus. Ich mach auch... Scheiß trotzdem. Magera kannst du übelgeil auf Strafe Speed bauen. Ja, ja, ja. Hab ich gemacht, aber... Ich weiß nicht, das ist... Ich weiß irgendwie nicht welcher Lauf, weil ich seh viele spielen den Schauflauf. Aber viele spielen auch die so langen Lauf. Ja, also... Joe WoW hat auf jeden Fall ein Video hochgeladen vor ein paar Tagen. Und die hat sich geisteskranken Strafe Speed hat. Ja, das kommt bei mir tatsächlich morgen. Aber die wackelt halt echt krass rum so. Ja, ja, also für Rebirth ist die schon geil so, aber... Ja, für Rebirth, genau. Ja, ja, ja. Das Ding ist, wenn so Waffen zu krank ist. Modern MW dank für 11 Monate Prime. Fast ein Jahr dabei. Kurz geht raus. Und Maxo dank für den Prime im vierten. Und Deja Vu noch mit dem ganzen Jahr T1. Das Jahr voll gemacht. Ich danke dir. Kurz geht raus. Komm rein. Du kannst halt immer nur so ungefähr in die Richtung schließen. Und das ist halt auch scheiße. Du kannst dich einmal gerne auch übel krass auf No Recall bauen. Aber dann hat sie kein Movement halt. Ja. Das ist alles scheiße. Ich finde die Blixen halt eigentlich am geilsten. Ja, Blixensliebe. Niemand oben gelandet einfach. Vor dir dann noch, zwei, zwei. Ich hätte einfach eine AFK gefühlt. Level 5. We can back, glaube ich. Ein vpn an der Stelle übrigens. Vor allem, wie gleich jemand fragen sollte. Jetzt hast du ordentlich. Nein, ich finde schon wieder. Noch einer unten hier. Nein, wir sind abiert. Warte, Leute. Weißt du was? Ich weiß auch nicht. Nein. Ich muss es gerade einfach nachmachen. Ich hab einfach den Dank zu. Nein, ich hab einfach den Dank zu. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich sehe ihn da schon. Das ist noch Wager. Gut. War gar nicht so krass. Er spielt hier V-Fan. Heute merke ich aber, dass ich... Hey, welcome back, Lobby. Danke dir. Nochmal fürs Jinxen. Oben landet einer Level 5, der sich irgendwie... Der 5 Minuten braucht, um eine Kiste zu öffnen. Und unten ist direkt Level 530 Wager Grinder. Mhm. Welcome back, Lobby. Ich muss aber sagen, ich hatte die letzten Tage wirklich nur Bad Lobbys. Aber so wirklich. Ich hatte vor 3 Tagen... Ja, du suchst danach. Ohne VPN in Quads eine 05 8er Lobby. Wow. 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 Süß. Ich tue es schon mir, kann das einfach noch nicht. Ich muss noch 3 Jahre älter werden. Ich fick... Nein, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ich muss hier ganz weit weg. Autschi. Okay, der ist ein bisschen boring, der Finisher. Der ist ja ein bisschen boring, der Finisher. Vom Terminator-Pack? Ja. Also den werde ich switchen. Schade. Ach so, 7er Meter, ja, da wollte ich eh... Welcher Verprenn ist das eigentlich? Ich finde diesen anderen Terminators, den finde ich voll geil. Ich hab den grad in-game gesehen. Diesen Polizist, den gibt's so in ganz... Den finde ich so... Ja, ja. Der ist ja langweilig. Ach so. Den gibt's, genau, da gibt's so Varianten. Aber ich glaube, die kannst du nur in Vanguard freistalten, oder? Oder chat, wie bekommt man die, weil... Ich muss den leveln. Ich muss den leveln. Ich bin braucht trotzdem Vanguard. Imagine. Ich glaub, du musst den leveln. Okay, ja. Dann, super. Ja, dann muss ich aber den spielen, ne? Also bei Terminator musst du auf jeden Fall leveln. Das war ja so. Da gibt's auch mehrere Dings. Ach so, einfach nur character leveln. Ja. Ja, ja, der... Also... Nicht löschen, sondern nur deaktiviert. Das klingt so scheiße mit diesen Voice-Lines. Aber der ist doch deaktiviert. War nicht? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hä? Was war denn? Was war denn? Oh mein Go! Upsi! Der ist die Größe, die ist alle vier komplett verfeilt, also. Das ist auch nice. We take this. Der Sound ist so verrückt, ne? Was? Wenn deine Mutter wüsste, Olivia. Nein, freut immer noch auf, Malle. Komplett. Ich hab ja keine Malle-Befriedigung bekommen. Was? Malle-Befriedigung? Jetzt hab ich auch eine Malle-Befriedigung. Jetzt hab ich auch eine Malle-Befriedigung. Jetzt hab ich auch eine Malle-Befriedigung. Ich f*** mein Leben. Bin ich jetzt müde? Ja, das ist eine Malle-Musik. Ich hab mal eine Malle-Musik gehört. Also das Ding hat so geist kam für Recoil. Du musst das so umbauen, wie Nikita. Achso. Feindliche Drohne ist aktiv. Was machst denn du hier? Hä? Da oben! Halter! Frechtax! Sitzen die zu dritt hier in dem Haus? Ah, die Fighten. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Schattet es nicht passiert! Nein, 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 nein! Bin ich der einzige, der die... der Zettler spielt als die KGM? Ähm... Ja. Ne, oder ja? Ich glaube, ist der einzige. Ich weiß... Mann, die KGM macht so wenig Schaden. Wirklich, ich hasse es. Du gehst es kostens ab. Was? Der Rebuy. Was ist denn? Oh shit. Nein! Nein! Oh, Karma. Little Karma. Ja, der Sound ist so geil. Nicht schlimm, ich hab den dritten Wiederanstiegstorben gefunden. Das sind diese Wannabe-Wade-Jackets bei dir. Echt? Dieser... Walto? Ja. Der hat den krassesten Outgun aller Zeiten kassiert. Also wirklich. Ja, dieser Ad, den kenne ich. Also, sein Team hat wirklich den heftigsten Gunfight aller Zeiten kassiert. Äh, Outgun. Mhm. Also der kann sein Rager für heute auf hin verwenden. Ähm. Oh, scheiße. Jutta, was brammelt du da? Äh, mein Ladekabel. Brammelt da die ganze Zeit vor meinem Handy. Ist hier so in der Nähe von meinen Pedalen. Und das... Irgendwie komm ich da immer drauf und das ist übelnervig. Hm. Will jemand von euch die Waffen mal so bisschen schießen eigentlich hier? Lila vor mir ist du? Willst du kurz haben? Hm, sogar nicht. Hahaha. Okay. Die Gita war echt, hab ich's gar nicht. Ich suche jetzt in die Richtung, wo ich gucke. Was bedeutet das? Wager? Wager ist so... 2 gegen 2 um Geld. Ich hab jetzt nur die gefightet, wie keine anderen Leute. Lass die fighten, oder? Wieso läufst du weg? Ja, ich... Ich geh zur SIP hier. Weil... Da, wo ihr seid... SIP. 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 Hast du Marker für die? Ja, der Live-Mark ist Nock. Ich hab's gesehen, dass es gar nicht gibt. Einer SIP... Einer fliegt über dir jetzt. Weiß den Top. Weil er schießt die erste Lock dann. Links und rechts überall. Mach den aus der Lock? Nein. Links und die Loch, nein. Ah shit. Wo ist der? Ja, den direkt links von mir. Sehr viel kurz. Ich hab grad eingelaufen. Äh, der... Oh ja, der Pilot hier, der ja schon kommt. Geile Sau. Der ist auch noch einer. Ja, der ist noch links von dir jetzt, Floyd. Habe ich gleich an. Vielleicht kann ich gleich live machen. Er läuft ins Haus, erst im Haus hin. Oh, den hab ich geknattert. Ja, und dann noch den einen. Den einen hab ich weggegeben. Was bist du safe? Ich bin safe. Aber links von mir im Haus rum ich noch. Ey, der ist irgendwo. Aber ich bin safe, ja. Aber ich bin safe. I'm safe. Der wurde geknallt. Der ist auf dem Dab direkt links von euch. Ich seh den aber nicht. Ich hab keinen Platz. Das hilft, dass der noch auf dem Dock ist. Äh, ist jetzt auch nicht. Was ist denn das für'n Sound? Ist irgendwas verbarkt. Ich werde die ganze Zeit push sein. Ah, ist weggerannt. Ja, aber einer von denen war ghosted. Wise dodge mein Freund. Ich kenn die äh, klastern gleich noch. Lass mal einen nocken und dann. Fürs Ferium. Oder für erneuten Einsatz freigegeben. 2-Track. Alter, wie klingt diese Waffe da neben dir steht. Erstmal haupte da oben im Fenster. Rechts in dem blauen Haus. Soll ich dir mal klastern da vor uns? Ja, ne? Komm. Auf was. Muss ja wegmoven. Vorne rein. Alter, klasse. Hab ihn. Digga, warum man immer die erste Klasse nimmt, das muss mir da irgendjemand in einem ganz nötigen Gespräch erklären. Ähm, das haben die gesagt. Dass das. Ruhige sich. Weil sich die ganzen Nazis beschwert haben. Das haben die gesagt. Dass man die, dass man die Klasse direkt aussieht. Ich weiß ja nicht, wie soll man sich darum beschwert haben. Ähm, sie wollen das wieder reverten eigentlich. Haben sie im Call gesagt, glaube ich. Ja, besser ist auch. Wirklich. Ah ne, beziehungsweise nicht reverten, sondern es soll ne Einstellung geben. Wie du es halt haben willst. Ja, das ist geil. Das ist auch okay für mich. Das ist auch okay für mich. Nee, 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 nee. Tjupiu! 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 Ne, ne, kannst du aber halt nicht, Scheiße. Dann willst du nicht mal ausprobieren? Ich hab schon... Lass doch beide auch, okay. Beide. Tjupiu! 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 Ich find's, Battlefront eigentlich. Battlefront, eigentlich. Battlefront. 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 Ja, Battlefront. Battlefront. Die ersten. Wir fliegen drei Leute rein. Hier, hier, hier. Oh mein Gott. Hä? Oh ja. Oh, zu mir. Oh, zu mir. Lieben wir. Für ihn geht es erstmal in Gula... ey! Ich könnte den ganzen Tag einfach nur hier... Stay safe! Ey! Oh mein Gott, Floyd! Sind sie alle tot da oder lebt da noch wer? Weiß nicht, glaub nicht alles. Eigentlich will ich nur zum Ding hier. Zum Balloon. Ja, ich muss die auf jeden Fall umbauen, den Nikita. Die hat viel zu viel Wüke, ey. Auf der Range nicht wirklich was machen. Ich finde die als Bodenwaffe immer ganz geil. Aber ich glaube im Lower Disapp bestimmt richtig scheiße. Mhm. Da steht ein Heli da vorne. Ja. Oh, ich hab das Luft gebeamt. Von da. Vorziehen. Was? Vorziehen. Ja. Ich brauch mein Feuer. Trotzdem, ja. Digga, jeder mit TT wie hier wieder in der Lobby. Hier. Das ist irgendwie in der Ecke und fehlen mich. Jemand liebt. Denum, mit der Stimme, stimme ich wieder 38 oder 14. Ja. Du? Wer alt bist du? Also 38. Also 38. Morgen dann 38, ja. Okay. Das ist kurzer Sheepreak, glaub ich. Morgen 38? Da sitzt schon jemand. Du, 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 du. Floyd, ich hab so ein Ohr rum wegen dir, gell. Was? Was ist denn hier? Olivia? Olivia. Jeder Gegner ist Olivia irgendwie, den ich sehe. Was? Ja, ich kann nicht heute spielen, wenn du dich nicht müthest, denn das muss. Wo ist der Meister jetzt hier hin? Ah, da. Ach, die Scheiße. Was geschieht hier? Was geschieht hier? Hier sind tausend Leute. Wee. Ich fliege jetzt hier weg mit dem Bomber. Also bei mir sind, wo ich markiert habe, sind einige. Wo du markiert hast, sind einige. Okay, da fliege ich dann mit dem Bomber drüber und lasse dann meine Bomben ab. Genau, eine Markierung vielleicht noch? Oh ja, da sind zwei, zwei Leute da im Haus. Okay, ne, 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 alles dort. Perfekt. Hoffen, du wirst schön gestunnt davon jetzt von den Bomben. Was ist das? Arschbauer bekommen. Alter. Hm. Dann schielte das natürlich erst. Alles klar, Berkey. Viel Spaß. So gut, so. Bist du eigentlich zu holen? Have fun. Ja, Stu ist sehr, sehr leise da gerade, ne? Ja, stimmt. Stu kam auch so in den Call. Oh. Oh. Ich will gleich in die Koffein holen. Ne, lass, sonst wirst du wieder Toxic. Ne, ne, ne. Das Streamtitel von Stu ist sogar Trying to be less toxic oder so. Ja, ja, das ist ein Liebdorf-Bespräch. Ne, wie der Toxic. Ne, wie der Toxic. Muss jetzt einer Toxic einstimmen? Ich weiß nicht, wie der Toxic einstimmen. Oh. 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 Nein. Oh mein Gott. Ich könnte so einen kranken Malle-Joke bringen. Oh. Oh. Ne, ne. Geht ja nicht. Was? Achso. 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 Ja, 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 ja. Der wäre sehr gut gewesen. Ich meine, das wegen T-Mon und Pumba meister. Ne? Wird nicht Pumba das fette Wildschwein? Ne. Wie? Oh mein Gott. Doch, doch. Ich wurde von der Artillerie hier einfach abgeschossen. Das Gas breitet sich aus. Ja, 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 ja. Aber ich verstehe gerade nicht die Connection, die du mir gerade versuchst zu erzählen. Ja, ich dachte, ich habe die verstanden, die Connection mit Pia. Aber anscheinend haben wir gerade einen anderen Witz im Kopf. Ja. Leut, hier liegt safe. Hey, cool. Danke. Ich fick dich. Digga, warum kannst du das denn fly, wenn ich auch kein Safe habe? Naja, weil ich der Bessere bin. Oh. Der war neben mir? Ich glaube, es muss in der nächste Runde eine 1-1-K-Race ausgetragen werden. Nächste Runde? Ich weiß nicht. Das will ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Nee, das ist okay für mich. Das ist okay für Chris. Das ist okay für mich. Ich habe nicht so ein großes Ego. Aber dafür einen großen Geldbeutel. Stimmt, ja. Einen sehr großen. Ja, das stimmt. Das kann nicht so horny sein auch da drauf, by the way. Du hast einen sehr großen Geldbeutel. Sehr großen Geldbeutel sogar. Wo ist der Geldbeutel? Alter, ich werde den Arsch geknallt. Neben mir. Von dem großen Geldbeutel? Nein, 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 nein. Ich wusste nicht, dass hier wirklich viele Leute Arsch und Arsch stehen. Ja, ich bin runter auf dich, der noch. Was ist das denn? Aber mir wird schlecht. Naja. Hat der gefahren. Die hat so viel recoil, ne? Guck mal. Ich habe keinen... Achso. Alter, was ist das denn? Na, ich schau dir zu. Na, ich dachte, das ist so. Ist das denn mitzuschaffen? Äh, mich kaufen, bitte. Na, beide hier. Viel zu viel recoil. Und dann aber... Das ist aber geil. Oh, Spat on. Setz dich hin. Nein, sein dritter Mate kommt auch noch. Ganze Großfamilie und wie. Ich habe einen Cluster, ich kann den auf dich setzen, wenn du willst. Ja, ja. Cluster, Cluster. Ahhhh. Antrage erhalten. Cluster Schlag aktiv. Spat on. Ich bin doch so müde. Ich hatte 1-Shot bei dir. Nein. Irgendwann war wirklich, was ich mit denen angestellt habe. Die Armen. Du gehst, ich habe einen hinter dir geholt. Wo der andere... Gibt's hier keinen Job mit? Ich bin nicht nur fach. Da ist die Versorgungsstation. Äh, das ist ziemlich risky, der Shop muss ich sagen. Ne. Da würde ich dann gerne... Das hätte ich dann gerne... Ach so, ich soll einer ja. Na, naja. Ich mache das für dich. Nein, 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 nein. Rechts ist viel besser. Rechts ist viel besser. Tausendmal besser. Tausendmal besserer Shop, ja. Also, der Shop rechts natürlich. Ich weiß, wieso. Der sei gerade auch bei mir voll. Da sind zwei Leute drin. Bei mir. Ich spreche dich. Super. Ah, ich bin tot. Rechts ist ein Sniper noch einer. Wir haben einen feindlichen Radarstörer... Hier ist ja nur Scheiße. Ach so, cool. Raider Jammer war auch wirklich die losteste Idee von dem... Wirklich niemand hat noch nach vorne... Nein, links... Hä? Nein, auf dem Berg links. Links um. Keine Stimme. Might be that here. Oh, das könnte jetzt richtig schmecken hier. Rechts sind mir aber auch noch. Nice, Danux. Richtig. Baut sie. Wichtig und richtig. Ich bin so unkonzentriert gerade. Konzentriere dich immer. Nein, danke dir. Ich träume nebenbei noch ein bisschen. Boah, du kannst diese Nikita ehrlichen spielen, ne? Also die kannst du wirklich so in die Tonne treten. Bring doch mal ne Meterwaffe so raus. Hey. Mach doch mal hier was gescheites. Ja, übrigens irgendwie MP40 und so. Ja, wieviel es geht sogar fast noch da in dem Pack. Da kann man wenigstens Kills machen. Die Nikita ist nicht so schwer. Es sind drei einzelne beide. Nikita muss dann Closeway spielen. Ja, aber ich will halt beides irgendwie zusammenspielen so. Ja. Die Nikita Close, wenn ich es auch Quatsch. Die hat so langsam das Movement. Na, ist halt dann eher sonst einfach Support oder so. Ich hab schon weh, halt. Mann. Warte mal. Das war doch ein Großwild. Wieso ist der nicht auf der Karte? Gefickt worden. Scheiße. Ich weiß, wo er ist. Er muss hier drin sein. Er ist nicht hier drin. Ey, ich hab mich da voll erschrocken. Weißt du das eigentlich, weil grad jemand hat im Chat gefragt von mir, ob es noch neue Seasons für Warzone 1 geben wird, wenn Warzone 2 draußen ist. Denke nicht, ne. Okay. I don't think so. Knossi, wo bist du? Da wird uns alle vier knallen. Er macht so Rommis raus. Safe sitzt er hier im Busch oder so. Naja, das ist safe im Busch. Das macht die Warlex aus, wenn du sowas sagst. Das ist safe so ein... Ne, ne. Wie lass ich an? Niemals ausmachen. Sonst mach ich ja keine Kills mehr. Ist ja schlecht dann auch. Jetzt machst du den Chris. Hier, hier. Ich call. Er sitzt da, hier in diesem Busch gestrickt. Der war doch vorhin hier auf der UAV irgendwo, nicht? Ne, ich glaube das war ein anderer, oder nicht? Oder es war der, der gelandet. Das habt ihr hier hinten in die Richtung noch einen Kill gemacht? Ja, den hab ich schon geholt. Den hab ich geholt. Ja, dann müsste er wirklich eigentlich in die Richtung sein. Na, wo bist du denn? Habt ihr schon im Haus noch geschaut? In dem Haus? Oh, gut, dass du noch ein Haus in der Map bist. Ne, in dem Haus hier. Es gibt nur noch ein Haus in der Map. Was ist der hier hinten? Mach mal ein Vorrateli noch mitnehmen kurz vor dem Win. Ja, richtig. Für die XP. Für die XP, ja. Vor allem hier sind irgendwie 8 Helis auf einmal. Irgendwie hab ich das Gefühl, der geht gleich runter schießen. Digga, lass mal einen runter schießen. Das Ding kaputt machen. Da ist er. Auf der Straße einfach. Komplett Stimmen. Komplett Stimmen dahin. Nein. Stehen bleibst du. Stehen bleiben. Bin ein 1-Hack-Kill-Rekord. Er schneid dich. Er sitzt hier mit einer AX-50. Lass uns helfen uns. Lass uns helfen uns. Der wird mich grad freuen. Ey, hier kommen wir dann rumhängen, der Typ. Was macht der denn? Ach, Mann. Kann wenigstens helfen das. GGs, GGs. Oh, oi, oi, oi. Weiß nicht, wie ich ihn an 16 Kills geschafft hab, die ohne war Blutsch. Ja, echt komisch. Aber diese Wager-Kids sind auf einmal einfach dissipiert, die waren nicht mehr da. Boah, die hab ich aber... Ich weiß nicht, ob das alles die waren, aber da hab ich auf jeden Fall kurz ein paar von denen gekracht. Zumindest einen. Nein, nein. Ich hab auch riesen, der Nummer. Ich hab' vergessen. Dieser Bot, sie hat mir irgendwie drei... mir zweimal gebadyshofen. Obwohl er mir zweimal in den Rücken geschossen hat und einmal in der Ecke was. Du hast im Haus einen sehr, sehr angenehm, schön zuzusehenden Outgun verteilt. Wem? Da in dem Haus gegen diese Wager-Spieler, wo du dich gestimmt hast mit der MP40. Achso. Hattest du das sogar gesehen? Hast du den Outgun kassiert? Jaja, ich glaub ich hab's gesehen grad. Nee, das hast du grad falsch verstanden. Du hast den Outgun kassiert. Ich hab'n Outgun kassiert. Ich hab'n Outgun kassiert. Ich hab'n Outgun kassiert. Achso. Ja, meine ich doch. Du hast doch in dieser Wager-Spieler. Floyd hat gehört, Floyd hat gerade gehört, ich hab'n kassiert. Kassiert, kassiert. Aber ne, 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 der hat geschmeckt. Irgendwas mit Olivia, oder wie? Ja. Olivia. Falsch angestimmt auch einfach. Ich hör' einfach keine... Das war halt ganz falsch. Das war halt ganz falsch. Das war ja super gut. Rusty Teriyaki redet mit uns. Oh, jetzt ein Chicken Teriyaki. Oh, Chicken Teriyaki Sub. Ich hör' mir eins. Oh, ich hör' mir auch so 30 cm und dann noch Sub. Ja. 30 cm.